Ihr seid auch lächerliche Gesellen. Die Wölfe und die Skelette und so. Die sind mittlerweile einfach nur noch unnötig. Ich meine, da ziehen wir das Schwert ein Schlacht tot. Das bringt nichts. Markierter Ort? Wieso habe ich denn diesen Scheissort markiert? Komm schon her! Ich schlachte dich! Bleib still! Yes! Okay. Wir nehmen den da unten, kratzen wir den nicht zusammen. Keine Lust. Beim Brecherhöhle. Okay. Hier erscheint es auch. Moment mal. Kommen wir dahin, wo wir mal in irgendeinem Part Ausrüstung am Straßenrand deponiert haben, weil wir zu voll waren. Kommen wir dahin. Könnte ja noch... Sind Sie fort? Bitte helft mir! Ich kann euch bezahlen! Ähm, alles in Ordnung? Banditen haben mich angegriffen und meinen Wagen geplündert. Könnt ihr mir helfen? Ähm, was kann ich denn tun? Mein Lager ist in der Nähe, in den Ruinen von Nilheim. Wenn ihr mich sicher dorthin bringt, erhaltet ihr eine Belohnung. Okay. Dann eskortieren wir. Wir sind gleich dort, über die Brücke und den Hügel hoch. Okay, wenn du sagst. Vorsichtig! Aber keine falschen Tricks. Ich warne dich, wenn du mich in eine Falle lockst. Wir sind bald da. Das ist eigentlich auch schon meine Vermutung. Ich vermute mal, dass der uns... Lautet hier! Ich hole nur eben eure Belohnung. Ne, 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 ne! Ihr braucht etwas? Ja, ihr braucht etwas? Ja, meine verdammte Belohnung! Und dann ist das aber eine Überraschung. Das ist ja nicht schlecht. Hä? 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 Wieso war das so klar? Oh, komm her! Ihr seid mir gewachsen? Häh? Hä? 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 Hat hier noch wer was zu sagen, verflucht? Wieso, zum Teufel? War es so klar, dass das eine verdammte Fall ist? Wieso? Man, man, man. Aber ich habe gesagt, ich habe es gewusst. Also ne, gewusst ja nicht, das ist ja bekanntlich blind das Let's Play, aber es war irgendwie so klar. Hat sicher gesehen, oh, der hat eine coole Rüstung. Nehmen wir den ins Baditenlager mit, überfallen den. Der hat auch sicher viel Kohle und es hat ja gestimmt, wir hatten. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. What the fuck? Das war wohl ein kleiner Bug. Gut, das sind wohl mehrere kleine Bugs. Oder da haben vielleicht die Entwickler... Ja, ich tippe mal, da haben die... Das ist ein kleiner Bug. Und vielleicht haben auch die Entwickler ein bisschen Scheisse gebaut. Na ja. Oh, ich könnte natürlich probieren, Kontext Hauptmenü zu gehen. Und dann nochmal über die Brücke latschen. Vielleicht ist das dann ja entpackt. Ich stelle mich hierhin, verabschiede mich kurz und wir sehen uns gleich wieder an dieser Stelle. Bis gleich. Kann ich ja auch eigentlich in der Aufnahme machen. Macht ja eigentlich nicht so viel aus. Ja. Habt ihr gesehen, dieser Rand, der war vorher... Nicht hier. Und nun ist es wohl entpackt. Freut mich sehr. Weil ich hasse es, wenn ein so geniales Spiel einen Bug hat. Also, hasse es nicht. Ich hasse es nicht. Ich mag es. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Sagen wir so, ich finde es schade. Weil man merkt hier, die Entwickler haben sich... Bei diesem Spiel, bei diesem Game, bei Skyrim, wirklich sehr, 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 sehr viel Mühe gemacht. Und auch die Stimmung hier... Und auch die Stimmung hier... Die ist einfach... Genial! Es macht unheimlich viel Spass, hier für euch zu zocken. Und überhaupt, ich zocke wahnsinnig gern für euch. Wenn ich... Wenn ich irgendwie die Zeit auftreiben kann, für euch zu zocken, dann... Sei euch garantiert, ich werde die Zeit voll und ganz ausnützen, an freien Tagen. Gestern habe ich drei Aufnahmesessions je eine Stunde gestartet, für euch, weil ich gestern frei hatte. Ja, das sei euch garantiert. Immer wenn es mir möglich ist, werde ich für euch zocken. Mal kurz was trinken, ihr wollt ja nicht, dass ich verdurste. Okay. Einen schönen Schluck genommen. Und dann, ja weiter. Geiermunds Halle. Ja? Das ist die Halle. Gefällt mir nicht, weil es jetzt Höhle geheissen hätte. Aber Halle tönt so nach Endboss. Ah du Kacke, dann fallen wir mal besser nicht runter. Was ist das da? Beteuere Verlorene Legenden. Das ist das erste Buch, das ich hier lesen werde, weil... Ich habe so das Gefühl, das hat hier was mit dem zu tun. Die Geschichte von Himmelsrand reicht weit zurück. Ne, lese es selber durch hier. Ihr könnt ja auf YouTube auf Pause drücken. Okay. Es war wohl eine Quest. Moment mal, kann es sein? Dass wenn wir... Ja. Aber ob das eine gute Idee war? Ach Kacke. Schein spinnen! Woa! Woa! ja das ist doch die Scheiße hier ist ja nicht die Möglichkeit das kann doch wohl nicht euer Ernst sein okay okay passiert anscheinend nix hm das scheint wohl ein Rätsel zu sein doch wie wird es gelöst ja kackei kackei habe ich ja mal völlig vergessen dass hier eine Falle war was ist ja was ist ja man ist diese Höhle hier gefährlich verdammt 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 das Zeug könnt ihr euch schenken Ich lasse es mal laufen, dann weiss ich, dass ich schon mal da war. Okay. Scheint nicht des Rätsels Lösung gewesen zu sein. Können wir das wegburnen? Ja, aber es scheint nichts zu bringen. Ah! Nun verstehe. Ah, okay. Nun müssen rechts alle Fische sein und links alle Adler. Ah, nein. Also Fischschlange. Fisch. Da muss Schlange hin. Und auf der anderen Seite Adler. Und zu guter Letzt dann da noch Fisch. Ne, Fisch. Jawoll! Kack. Trau. Komm, geh sterben! Komm, geh sterben! Mit den Türen kümmere ich mich besser später. Okay. Wo sind die? Da oben! Tatsache! Du kannst was erleben! Wann? 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 sehr interessant Kacke bäm bäm okay Okay. Hat noch jemand was zu melden? Nicht? Auch gut. Links oder rechts? Scheint wieder ein Rätsel zu sein. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, so was. Oh, ich sehe, habe schon Überlänge. Den machen wir noch platt. Kann ich auch, genau. Komm? Komm schon! Komm schon! Du kannst mich mal! Okay! Penner! Okay. Scheint zuerst wissen wir noch was ein Rätsel lösen. Doch wie wir dieses Rätsel bewältigen, dass meine liebe Zockfreunde seht ihr in der nächsten Aufnahmesession bei Let's play Skywing! Bis dann! Mein liebe Zockfreunde, tschüss! Halt rein! BAM! Tschüss! BAM! 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 BAM!